umläuft mein Puls ist auf 180 ich hab einen kleinen freund gefunden ja oder einen großen der rett mir auf jeden Fall die ganze Zeit hinterher sag ihm mal if you see a man named Snosex don't shoot at him ok sag ihm gleich also ich glaub ich hab wow ich hab glaub ich schon wieder diesen komischen Grafikfehler nein doch das ist ja scheiße ein bisschen ja wo ist der? da ist meine Leiche ich hoffe der hat sich jetzt aus dem Staub gebracht die hat auf jeden Fall ein Alice Pack hier gelassen scheiße da hinten rennt der scheiße jetzt bin ich da ins Menü gegangen ich renne mal zu ihm fuck ist mir egal ob meine Sachen da welche Sachen da sind ich könnte ihn jetzt eiskalter schießen what the fuck jemand schießt hier er hat meinen freund erschossen oh fuck sniper nein ich bin tot verdammte scheiße die Jagd ist eröffnet oh scheiße ich komm zu dir hast du ach du wurdest auch erschossen fuck sniper oh scheiße ich rede okay ach nein ich hab grad einen freund auf ich dreh mich noch um guck auf ihn auf einmal höre ich Schüsse und seh ihn wie er erschossen wird alter wo ist der motherfucker ja was sind alles solche ich bin ein Snipertyp ich fühl mich toll wenn ich Anfänger erschieße ich könnte es verstehen wenn ich wenn ich auf ihn gezielt hätte ich seh den nicht mehr wusstest du was Daisy am Anfang gepl- äh was am Anfang äh was Daisy als am Anfang sein sollte ähm warte mal wo bin ich ich bin in Novi Sobor weiß ich grad nicht fuck ich muss mich disconnecten oh ich dachte schon hier liegt man mitten mit irgendwas ich weiß nicht wie das hieß genau Jilly's tut ich glaube der ist nicht mehr da es wäre geil wenn es auch andere Maps gibt außer Gennarus ja achso Daisy sollte als irgendwie so ein Open World Spiel rauskommen was jetzt auch eigentlich ist oder ja 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 und ähm so als Sozialteil sein wie ohne erschießen und so nein das schon ob ähm wie Menschen sich verhalten dass sie ob sie freundlich miteinander sind aber ich glaube ja nicht irgendwie nicht ja genau da schießt einer was das denn für ein Scheiß hier Alter ich bin im Haus gespawnt in den Mauern ok weißt du vielleicht wie ich rauskomme mh gerade nicht ok ich guck jetzt mal noch kurz meine Leiche ab Alter ich muss noch mal Daisy äh fixen und schon neu starten mh mh ach der war's dabei nein ok jetzt crouch ich mal eben zu meiner Leiche ja das ist total mies Jogga ist der behindert wieso oder er hatte ne G17 auf jeden Fall hat er seine G17 hier gelassen wieso findest du immer so gute Sachen ich find immer den letzten Scheiß hier das sehe ich gerade selber nicht aber Elektro wäre jetzt gut ich wette das war ein Sniper ich weiß mal nicht welcher Rucksack größer ist aber ich weiß nicht welcher Rucksack ich weiß nicht welcher ich hatte ich hoffe es einfach mal ein G17 Magazin ist hier noch ich glaub LSPack ist eines der größten soll ich dir ne Map mitnehmen ja mach mal hast du schon eine? ja ich nehm noch ne Watch mit und ne Hunting Knife ok ich bin wieder ganz gut ausgerüstet wo bist du eigentlich grad? ja gerade immer noch bei diesen da wo man das Auto finden kann in der Nähe von Czerno ok ich guck dann gleich wo mein Spawnpunkt ist dann sag ich dir aber ich glaub das ist eher ne größere Stadt also nicht so gut sein kann gut sein weil bei mir ist so ein Residentalhaus so ein rotes mhm ist echt scheiße hier ok ich eigentlich bin ich relativ glücklich was ich bis jetzt habe Zombumer ne Bomber Entschuldigung er heißt glaub ich Zumba Zumba? morgen ist der letzte Ferientag ja das ist am dritten haben wir wieder Schule ja heute ist der erste mhm er wird jetzt wahrscheinlich Entschuldigung äh nach einer Woche sehen also also nächsten Sonntag ne Samstag oder? keine Ahnung hm ne am Sonntag müsst ihr das sehen weil wir haben sieben Folgen aufgenommen ok ich bin nur wie sober alter willst du mich hier verarschen ich bin ständig im Haus drin nur wie sober? ja ich komm nicht hier raus wo? aus dem Haus schon wieder in dem Haus drinnen? ja ich bin in der Mauer gespawnt warte mal ich muss mal ganz kurz mein Licht anmachen damit ich sehen kann wo M ist gut hier ist ich bin jetzt in der Nähe von Cerno da ist Balocca Camarovo Kamenka wo ist hier Elektro alter verarscht mich doch hier nicht so was hattest du gesagt wo du bist? Novi Sova aber ich bin in einem Haus gespawnt also richtig in den Mauern ich komm da nicht mehr raus Novi Sova ich weiß nicht wo das ist auf jeden Fall wie hast du dich denn letztes Mal befreit? ich bin da gar nicht rausgegangen ok oh da ist ein Zombie hau mich bitte hä? ach ja du bist ja schon respawnt und dann immer in der Mauer gespawnt oder? alter wieso kann er mich nicht hauen? Andreas? ja du bist ja ah endlich ok ich weiß nicht wo Stary Sova ist aber ich glaub du tötest dich was soll ich jetzt erstmal fürs erste machen? warte mal ah shit Andreas ähm auf dich warten ich weiß nochmal wo Novi Sova ist deswegen sollst du dich ja töten denk ich mal ich frau mich konntest du diesen Typi da anvisieren wie der hieß? nee aber ich glaub das war warte mal wo ist das denn? na dann denk ich mal dass ich den aber hier ist ne Kirche ja? ja deswegen wundere ich mich grad hm aber ich glaub ich bin nicht am Meer ne ganz im Gegenteil du bist nicht im Meer? am Meer bist du doch am Meer aber hier sind ziemlich viele scheue ich lass mich sterben ok das ist gut glaub ich zumindest hm hm Sambuba wurde schon wieder getötet hm ach Sambuba du hm was ist denn äh was ist denn äh welche also was macht die Lautstärke denn von ähm von Schüssen hey hier ist ein Huhn Effekts oder? ich weiß es nicht ich weiß es nicht das ist einfach nochmal so stehen hier ist ne Makarov ja würdest du dich denn durchschlagen oder was? ich lass mich beschlagen ok ich guck mal ganz kurz auf die Map und guck das nochmal nach wo hast du gesagt? äh Soba und was Soli Boba oder wie es heißt Soli Soba wahrscheinlich auch hier in your face in your face Solicini? ne weißt du was ich mache? was? kurz bevor ich sterbe nehme ich nochmal alle meine Sachen und ähm lass mich sterben also damit niemand meine Leiche ausnehmen kann aber geil was machst du dann damit? ok jetzt steht Grinch was killed ok ich ich respawne nochmal neu wenn man G drückt kann man drauf ein Kompass ne womit war nochmal Kompass mit K oder? ja ja aber wenn du die Map offen hast dann ist auch der Kompass dort ne man kann auch äh K drücken dann öffnet dann nicht die Map sondern nur den Kompass und was bringt dir das? ich weiß wo Norden ist oh wow ähm ich weiß nicht wo ich hingehe jetzt warte mal bis ich gespawnt bin wo bist du eigentlich noch? ich bin jetzt vor Cerno vor Cerno? versteck dich so lange im Bosch ok? ja ich hab mich jetzt in so welchen ja zwischen Steinen versteckt ok was für ne Waffe hast du? eine G17 und äh diese Schrotflinte die du schon kennst hä wie hast du die dann mitgenommen? die Schrotflinte? ja ich hätte die nicht mitgenommen ich hatte die ins Zelt gepackt und das Zelt stand da immer noch ok wo bin ich? ich bin in Elektro ok